unser deconstructed heute steht ganz im zeichen von metal metallica ist unser thema und ihre aktuelle single hardwired los geht's viel spaß ja metal hau drauf metal genau metallica ist ja mit ihrem aktuellen album wieder ja auch zu ihren wurzeln zurückgekehrt metal trash metal klingt so wieder voll ihr stil vor allem ist es tatsächlich einfach nur riff basiert kirk hammett darf irgendwann kommen und ein solospielen das haben wir jetzt nicht aufgenommen aber so den den rhythmischen kern haben wir gut getroffen haben wir gut getroffen und ja es wird ja tatsächlich hier alles im rechner statt der ein oder andere mag sich fragen warum machen die das erstens ist das natürlich teil unseres konzepts möglichst alle produktionen so im rechner stattfinden zu lassen auf der anderen seite hat das ein ganz ganz praktischen grund viel songwriting findet heute im rechner statt die bands sind nicht mehr zwingend zusammen sondern jeder sitzt für sich zu hause am rechner ich kenne sehr viele gitarristen mittlerweile die genauso arbeiten und ich kenne sogar gitarristen die packen nicht mal mehr ihre gitarre an sondern die arbeiten inzwischen auch einfach mit software instrumenten einfach um sachen zu skizzieren weil das einfacher ist als ja wirklich die ganze kette aufzunehmen naja und wie man so ein pattern im metallica stil machen kann das schauen wir uns jetzt im detail an bis gleich